Ich bin Morbus Bechterew-Patient und fand den Ausschalter für meine Symptome. Deswegen muss ich keine Medikamente nehmen. Wirklich? Ich bin Morbus Bechterew-Patient und muss keine Medikamente nehmen, damit es mir gut geht. Meine Krankenkasse kann das bestätigen, dass ich keine Medikamente nehmen muss. In der Leistungsauskunft meiner Krankenkasse sind die Arztbesucher auf den Seiten 1 bis 15 aufgeführt. Anschließend kommen die Zahnarztbesucher auf den Seiten 16 bis 18 und zum Schluss kommen die Heilmittelverordnung. Die Auskunft meiner Krankenkasse führt auch die Medikamente auf, die meine Krankenkasse für mich bezahlt. Weil ich aber keine Medikamente nehme, steht hier nichts. Das ist der Nachweis meiner Krankenkasse, dass ich ohne Medikamente lebe. Und ich bin sehr froh, dass ich keine Medikamente nehmen muss, weil die Nebenwirkungen der Medikamente sind manchmal ganz schön heftig. Und dann ist man froh, wenn man diese Nebenwirkungen nicht in Kauf nehmen muss. Die zahnärztlichen Leistungen in meiner Leistungsauskunft gibt es Seite 18 und als nächster Punkt kommen die Arzneimittel. Weil ich aber keine Medikamente nehme, steht nach den zahnärztlichen Leistungen nichts. Auf der nächsten Seite, der Seite 19, ich nehme keine Medikamente. Deswegen führt die Krankenkasse nach den zahnärztlichen Leistungen nicht die Arzneimittel auf, sondern direkt Schuheinlagen im Jahr 2017. Man kann also sehen, dass die Krankenkasse keine Medikamente für mich bezahlt. Ich nehme auch keine Medikamente, die man aus eigener Tasche bezahlen muss, weil ich sie nicht brauche. Hattest du schon Nebenwirkungen von deinen Medikamenten? Hast du Sorgen, dass du zukünftig unter Nebenwirkungen leiden wirst? Möchtest du auch auf Medikamente verzichten können, so wie ich? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Möchtest du auch auf Medikamenten?